Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungshow. Verschiedene Produktgeld einpreist, das ist die 5 Euro Überraschungshow bei Power TV. Sie haben bestimmt auch schon die ganze Zeit drauf gewartet. Endlich ist es soweit. Jetzt kostet alles nur noch 5 Euro. Also wenn Ihnen was gefällt, da bin ich mir ziemlich sicher. Sagen Sie bitte immer sehr schnell beim Bestellen. Denn der Preis gilt nur jetzt und die nächsten 2 Stunden. Und Sie dürfen auch gerne alles bis zu 5 mal bestellen. Außer dem Preisalarm, den bitte nur einmal pro Besteller. Weil da sind wir noch mal deutlich im Preis heruntergegangen. Aber ich würde sagen, weil es ja eine Überraschungshow ist, holen wir Diana zu uns und schauen, was uns als erstes erwartet. Ja, unsere hübsche Diana. Das ist die einzige Konstante in dieser Sendung mit dem Buzzards zusammen. Oh. Bitteschön, Dankeschön. So. Oh, Beleuchtung. Ach, wie schön. Eine ganz besondere Beleuchtung. Eine LED-Leselampe. Diese Lampe, die akkubetrieben ist und die wunderbar ist, um beispielsweise in Schränken mal für Licht zu sorgen oder beispielsweise mal an einem Schrank von der Küche. Finde ich das auch immer sehr schön, um eine Arbeitsfläche zu beleuchten. Oder zum Beispiel auch für Lesen. An dieser Bettkante kannst du das auch platzieren. Sehr, sehr gut. Also mir gefällt auch die große, das ist nicht zu groß. Und immer noch super, super hell. Und wir haben nicht einfach so weiß, kaltweiß. Wir haben noch warmweiß. Also das bedeutet ja, zum Beispiel, wenn du willst in der Küche das platzieren, wahrscheinlich würdest du kaltweiß nutzen. Ja. Und bei gemütlichem Abendlesen kannst du natürlich warmweiß. Schön. Und gefällt mir natürlich unseren Preis heute. Fünf Euro für solche schöne Beleuchtung. Und wir haben hier auch keinen Batteriebetrieb, das ist Akkubetrieb, richtig? Ah. Richtig. Und genau deswegen ist diese Anbringung super gut, weil Sie die einfach mit der Magnethalterung immer abnehmen können. Oh, das war hell. Die Magnethalterung, das ist das Einzige, was Sie fix anbringen oder an einer magnetischen Oberfläche einfach anpillen. Und dann können Sie die Lampe immer wieder wegnehmen, um sie per Akku, wie gesagt, oder per Akkuladung eben wieder zum Betrieb zu bringen. Bis zu fünf Stunden Leuchtdauer hast du mit einer Akkuladung. Das ist, du kannst es noch dienen. Wow. So viele Funktionen. Also ehrlich zu sein, wenn du gehst zum Baumarkt und willst du einfach eine Lampe kaufen. Ich habe solche Preise gar nicht gesehen. Bei fünf Euro kannst du eine Schraube kaufen irgendwo. Aber gar keine Lampe mit verschiedenen Lichtmodi, mit Dimmerungfunktion, mit Magnet. Und das ist wirklich schön. Und das ist gar kein Preisalarm. Das bedeutet, Sie dürfen das alles bis fünfmal bestellen. Wahrscheinlich an der Bettkante zwei Stück für jeden Partner. Wahrscheinlich im Kleiderschrank auch in jedem Bereich. Für Küche. Also wirklich sehr, sehr praktisch. Oder vielleicht mal über ein Bild. Was du aufgehangen hast. Stimmt. Dass du das so wie in einem Kunstatelier anleuchten kannst. Weil du kannst ja den Neigungswinkel hier beliebig einstellen. Bis zu 45 Grad kannst du das nach unten kippen. Da ist das auch sehr, sehr schön. Oder in der Vitrine. Ja. Ich finde auch richtig toll, dass man die rausnehmen kann. Wenn man mal eine Taschenlampe braucht, weil man irgendwo vielleicht mal hingehen möchte, auch gar kein Problem. Können Sie auch einfach mitnehmen. Und man muss sie nicht anbohren, weil wir haben hier das Klebepad schon mit dabei auf der Halterung. Das finde ich auch immer optimal, weil Bohren ist ja auch nicht immer so toll, gerade weil man vielleicht auch zur Miete wohnt. Und hier ist wirklich alles perfekt für 5 Euro, hat Jana schon gesagt. Also habe ich noch nicht gesehen für diesen Preis. Finde ich auch super. Auch gerade, dass du hier für jeden Geschmack die richtige Lichtfarbe hast. Also in der Küche würde ich beispielsweise die Tageslichtvariante präferieren. Im Schlafzimmer eher dieses schöne, goldige, warm-weiße Licht. Das hast du jetzt gerade, Moni. Ja, das gefällt mir gut. Auch vielleicht links und rechts neben einem Spiegel als Schminklicht. Oder vielleicht auch, wenn du den Schreibtisch an der Wand stehen hast, auf der Wand, damit du dich gerade so schön ausgeleuchtet hast, damit du dich bei Videokonferenzen ausleuchten kannst. Oder auch die Arbeitsfläche schön ausgeleuchtet hast. Das ist ja immer sehr wichtig, dass die Arbeitsfläche auch bei Dunkelheit gut ausgeleuchtet ist. Also wenn es draußen dunkel ist, damit sie da nicht so schnell ermüden, die Augen nicht so schnell ermüden, wenn sie da noch was arbeiten sollten. Und genau so gefällt mir das auch sehr gut. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Im Schlafzimmer, über dem Bett als Leselampe. Ich finde aber auch so sieht das super stylisch aus. Also ich würde es tatsächlich auch als Dekolampe sehen, dass du da einfach richtig schöne Akzente mitsetzen kannst. 24 Zentimeter ist die Länge. Und die Bestellnummer lautet ZX8554. Und die 569. Moin. 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 Ja. Was ist hier bei Sil? Das frage ich mich auch. Ja, da kriege ich sehr gute Laune. Aha. Ja. So. Auch hierbei kriege ich gute Laune. Oh, ja. Denn wir haben ein Dreier-Set. Oh, ein Dreier-Set ist super für 5 Euro. Auf jeden Fall. Das sind Radierer, ne? Aber damit kann ich keinen Bleistiftstrich wegradieren, oder? Nee, ist richtig. Aber Radierer ist ganz richtig. Wir können damit Edelstahl radieren und damit den Rost entfernen. Rost? Ja. Sehr gut. Gerade an Armaturen, in der Küche oder im Bad, am Wasserhählen, an Herdplatten, an der Spüle, am Grill. Dann können Sie einfach das wie ein Radiergummi benutzen. Und das ist richtig effektiv. Wir haben das hier schon mal ausprobiert. Sie sehen da jetzt so ein paar Beispiele. Das ist wirklich richtig toll. Ich finde, wie wir auch die Schmutzradierer manchmal hier in dieser Sendung haben, finde ich, sollte man das auch zu Hause haben. Vor allem das Dreier-Set. Weil es ist ja klar, wie ein Radiergummi rubbelt sich das natürlich auch ab. Deshalb finde ich das toll, dass man gleich drei Stück bekommt. Ja, das stimmt. Und das ist super beliebt unter unseren Zuschauern. Und ich weiß, dass Ralf hat diesen Radierer auch benutzt bei seinem Auto. Und er hat wirklich sehr viel Rost so entfernt. Ach ja. Also das ist wirklich schön, sogar beim Autos. Also so günstig, so einfach. Du denkst, das ist einfach zu simpel zu funktionieren. Aber das ist wirklich so. Ich glaube, in jedem Haushalt muss sowas sein. Das kann zum Beispiel Wasserkocher sein. Das kann zum Beispiel Badezimmer etwas, Kalk und so weiter. Wirklich sehr praktisch. Ein Dreier-Set. Beziehungsweise dürfen Sie bestellen. Wahrscheinlich auch für nette Nachbarin können Sie das auch nachkaufen. Hier, guck mal. Ich habe einen Geheimtipp. Brigitte, kennst du das schon? So nach dem Motto. Stimmt. Ja, jetzt in der Theorie. Ach so, Brigitte. Die Nachbarin, die nette Nachbarin Brigitte. Ich finde das schön, wenn du immer mit einem Tipp um die Ecke kommst und dann sagen kannst, guck mal, ich habe es für dich direkt hier. Kannst du es mal ausprobieren? Und ansonsten schaust du Pearl. Aber du sagst nicht, okay, das hat 5 Euro gekostet. Du einfach machst das als Geschenk. Das gibt es übrigens bei Pearl TV, wenn du noch mehr haben willst. Ja, stimmt. Und das ist Werbung für Pearl. Sehr gut. Gute, treue Zuschauer machen das. Das entfernt übrigens nicht nur Kalkablagerungen, sondern auch, wenn Sie vielleicht mal schwarze Flecken in Ihren Fliesenkugen haben. Auch die kriegen Sie damit weg. Also Sie merken schon, dieser Radierer ist perfekt, egal für welche Stelle, in Ihrem Haushalt geeignet. Und gerade jetzt das Dreier-Set für 5 Euro, am besten sofort bestellen, gerne auch mehrfach die ZX 6519 und die 569, die Bestellnummer. Und dann können Sie alles mal wieder richtig schön sauber radieren. Ich frage mich, ob Diana sich jetzt angesprochen gefühlt hat mit Brigitte. Ich weiß, dass du Diana heißt. So, wir machen weiter mit der nächsten Überraschung von unserer Brigitte. Ich habe übrigens sehr nette Nachbarn. Ich sehe die kaum. Aber sie nehmen immer freundlich deine Pearl-TV-Bestellungen an. Richtig. Ja, ja. Und die sind super leise. Guck mal. Beleuchtung. Oh. Für den Kopf. Ja. Besondere Beleuchtung. Ja, probier mal aus. Das ist eine Akku-Stirnlampe. Und die hat richtig helles Licht für Sie parat. Und zwar ein 230 Grad Flutlicht. 230 Grad, glaube ich, deswegen, weil sie hier entlang der gesamten Kopflänge oder Stirnlänge, besser gesagt, Dinge ausleuchten können. Entweder in dem Weg vor sich oder auch mal bei kleinen Detailarbeiten. Da sehen wir dieses große Licht. Sogar in Rot kann das leuchten. Du siehst wie Wonder Woman jetzt. Oder? Oh ja. Wer? Wonder Woman. Ja. Haben wir ein Bild von Wonder Woman? Wie so eine Superheldin. Ja, ja. Ähnlich. Ja, stimmt. Ja. Das sieht cool aus. Aber wisst ihr, für was ich das gebrauchen könnte? Wenn ich nämlich mit meinem kleinen Carlo, das ist mein kleiner süßer Hund, Gassi gehe. Weil der ist grau, der verschwindet sonst immer. Und wir haben bei uns in der Nachbarschaft auch immer so kleine Kaninchen. Und wenn der da mal wegflitzt, kann ich ihn damit auf jeden Fall verfolgen. Ja, genau. Und du hast halt immer genau die Richtung auch ausgeleuchtet, wo du hinguckst. Das ist ja das Praktische an so einer Stirnlampe. Ja, ganz einfach mit einem Knopf an der Seite aktivieren und dann durch die verschiedenen Lichtmodi durchgehen. 500 Lumen Leuchtkraft haben wir hier. So ein Warnlicht ist das. Jetzt. Sieben verschiedene Leuchtmodi sind das sogar insgesamt. Haben wir auch eine Gestensteuerung? Nee. Nein? Nee. Ich dachte schon. Also mit dem Knopf kannst du ja ganz einfach finden, ne? An der rechten Seite oder je nachdem, wie man es trägt. Und dann kannst du hier durch die sieben Leuchtmodi. Sehr, sehr cool. So viele Modi. Und immer noch 5 Euro. Doch, du hast recht. Es gibt Gestensteuerung. Ja, deshalb. Ich habe, denkst du, ich bin so? Also Gestensteuerung bedeutet, dass sie genauso wie Diana das gerade vorgeführt hat, mit der Hand einfach nur übers Gesicht wischen müssen. Also Scheibenwischer. Genau. Den Scheibenwischer einmal machen und dann geht das Licht alleine an und aus. Ich habe mich schon gefragt, was Diana da macht. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit finde ich das immer sehr wichtig, dass man genug Beleuchtung hat. Weil gerade ist man vielleicht auch viel dunkel angezogen. Und dann ist das hier auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ja, um gesehen zu werden auf der Dunkelheit. Oh, die ZX84, 54 und die 569 ist die Bestellnummer. Finde ich übrigens auch als Fahrradfahrer immer gut anzuhaben. Weiter geht's. Diesmal buzzer ich. Oh, guck mal. Oh, ich weiß ganz genau, warum ich mir den Buzzer jetzt geschnappt habe. Ich habe den Preisalarm für uns erbuzzert. Ein Produkt, was eigentlich gar nicht für 5 Euro zu haben sein sollte. Ja, das stimmt. Deswegen nur einmal bitte bestellen. Oh. Das ist super. Das ist ein Stromfresser-Finder, würde ich es mal nennen. Richtig. Ein Energiekostenmesser. Aber diesen Produkt haben wir in regulärer Sendung. Und das ist wirklich jetzt ein Preisalarm. Aber wir haben jetzt gerade gehört, wir dürfen sogar dreimal bestellen. Echt? Ja. Also das ist ein digitaler Energiekostenmesser mit XXL-Jumbo-Display. Und damit können Sie, was Rebecca schon genau richtig gesagt hat, Ihre unnötigen Verbraucher mal entdecken. Und dann einfach auch eben dementsprechend handeln. Gerade Stand-by-Geräte sind da ein großes Thema. Oder vielleicht auch mal den Kühlschrank, dass das mal neuer wird. Weil solche Geräte können echt sehr, sehr viel Strom ziehen und verbrauchen. Ja, und heutzutage ist das wirklich ein Thema, was uns alle beschäftigt und alle irgendwie auch dazu gebracht hat, in den letzten Jahren doch noch mal genauer hinzugucken. Ja, sehr genau. Habe ich welche Geräte an? Kann ich mir das jetzt wirklich gönnen? Sollte ich mir das gönnen? Das ist immer so eine Frage. Da kann man eigentlich nicht richtig darauf antworten, wenn man eben nicht weiß, wo tatsächlich die Stromfresser sind. Die gute Nachricht wäre ja, wenn Sie zum Beispiel so eine Lampe anstecken und feststellen, boah, das ist ja super günstig. Die kann ich mal gerne jeden Abend anschalten, einfach nur für das schöne Ambiente. Stimmt, so rum geht es auch. Ja, klar. Oder du kannst dein Teenie-Kind zeigen, wie viel Strom nimmt zum Beispiel Spielkonsole. Und warum muss er das immer ausschalten und wahrscheinlich auch nicht so oft spielen. Sonst geht es aufs Taschengeld. Ja, natürlich, oder? Das ist richtig. Du würdest sehr gute Mutter. So und so viel darfst du heute verbrauchen und drüber musst du pro Stunde das Netzentgelt bezahlen. Ist ja auch jetzt wieder gesteigert worden, diese Netzentgelte. Also das ist wirklich Wahnsinn, weil wir haben jetzt so viele Preiserhöhungen mitgemacht und irgendwie hat man das Gefühl, es hat kein Ende mehr. Es gibt nur noch den einen Weg nach oben. Das stimmt. Und deshalb sorgen Sie jetzt einfach mal dafür und vielleicht können Sie ja ein bisschen dann eben handeln. Hiermit bekommen Sie die Diagnose und dann können Sie die Therapie darauf eben anwenden. Die Therapie? Ja, so nennt man das. Brauchen wir alle. Sofort Start. Klar, das Messgerät wird einfach zwischen Gerät und Steckdose eingesteckt. Nach Eingabe Ihres Stromtarifs können Sie loslegen. Also Sie bekommen hier dann auch wirklich ausgerechnet die Kilowattstunde und auch als Centbetrag. Wie viel das eben braucht. Und lassen Sie das gerne auch mal länger drin. Also jetzt für eine Minute oder zwei. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Sondern vielleicht einfach mal ein bis zwei Tage oder vielleicht auch mal eine Woche. Und dann hat man wirklich den perfekten Überblick. Dann hast du so eine Art Durchschnittsverbrauch. Verschiedene Geräte verbrauchen ja auch unterschiedlich viel. Gerade so ein Kühlschrank hat ja nicht immer die volle Pulle Leistung. Deswegen macht das schon Sinn. Da hast du recht. Vor allem auch, dass Sie jetzt drei bestellen dürfen. Und das ist wirklich eine richtig tolle Ausnahme. Weil sonst darf man den Preissalat immer nur einmal bestellen. Aber drei macht schon Sinn, weil Sie das dann eben auch einfach mal stecken lassen können. Und normalerweise wären wir bei 11 Euro bei Pearl.de. Jetzt sehen Sie, wie clever das ist, dass Sie gerade unsere 5 Euro Überraschungsshow schauen. Die NC5550 und die 569 ist die Bestellnummer. Und das kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen, da echt mal aktiv zu werden. Da kann man wirklich noch einiges an Geld sparen. Geld sparen finden wir immer gut. Deswegen schauen wir ja auch die 5 Euro Show. Ja. Mit Spannung. Ja. Das ist auch schön. Bitteschön. Oh, dackeschön. Oh, bitteschön. Das finde ich super. Ich sehe nur den Titel und finde es schon gut. Jetzt zeig mir mal noch. Oh, Beleuchtung. Ja, das geht immer. Das ist ein absoluter Klassiker. Das ist eine Lichterkette. Und die ist wunderbar geeignet. Nicht nur für drinnen, sondern auch für draußen. Und dafür hat sie auch die perfekte Farbe. Weil wenn du beispielsweise einen Baum umwickelst mit dieser Lichterkette, dann verschwinden die Kabel. Und du siehst nur noch diese kleinen Lichtpunkte. Und das sind einige LEDs, die da leuchten. Die ist 50 Stück bunt sogar. Das ist ja amerikanische Weihnachten. Das mag ich auch. Das ist ja alles so bunt. Das hast du sofort diese Laune. Das muss jetzt fest sein. Das muss wirklich viel Spaß sein. Die Kinder lieben solche Lichter natürlich. Für Party und so weiter. Das ist für draußen oder für drinnen? Für beides. Für drinnen und draußen. Und du hast auch hier eine richtig schöne Länge von 4 Metern Lichterkette. Plus nochmal 5 Meter Zuleitung. Ja, perfekt. Das heißt, auch wenn du mal innen zum Beispiel den Weihnachtsbaum dekorierst und der ist nicht unbedingt direkt an der nächsten Steckdose, hast du da noch ein bisschen Überbrückungskabel. Und das ist natürlich super. Lichterketten kann man nie genug haben. Gerade jetzt, wenn es ein bisschen festlicher wird. Ich finde, das ist eine Lichterkette. Da kannst du ruhig jetzt schon früh anfangen, deine Bäume draußen damit zu dekorieren. Weil es ist einfach immer viel, viel schöner. Das stimmt. Ich gehe auch immer gerne durch meine Nachbarschaft, wenn ich mit meinem Hund Gasse gehe und schaue, was die anderen denn so schönes dekoriert haben. Und ich finde das immer so beeindruckend, wenn man so schöne Bäume im Garten dann einfach dekoriert hat. Aber nicht in den Fenster gucken, Monika. Mit der Lichterkette. Doch, in die Fenster gucke ich auch manchmal rein. Das stimmt. Aber guck mal, das kannst du auch wunderbar in einem Fenster dekorieren. 4 Meter reicht, um ein Fenster, ein herkömmliches Fenster, wunderbar mal so zu umranden beispielsweise. Und wenn du mehrfach zugreifst, bis zu 5 Mal, kannst du 5 Fenster damit sehr schön dekorieren. Dann wird jeder vorbeispazieren und sagen, guck mal, das ist das Weihnachtshaus von Monika. Oder Brigitte. Von Brigitte. Die Brigitte, Mensch. Die hat so schön dekoriert. Ich will das auch. Ja. Diese Brigitte hat Geschmack. Und ich würde sie fragen, wo hat sie das alles gekauft? Richtig. Natürlich nur bei Pearl TV, weil wir haben immer die besten Preise. Ich würde mich so sehr freuen, wenn wir gleich die Durchsage bekommen über unser Öhrchen. Die Brigitte hat so geholfen. Ja, das jetzt nur willkürlich gewählt hier. Aber die Auswahl hier, Produktauswahl ist überhaupt nicht willkürlich und auch begrenzt. Sie sollten jetzt bestellen, wenn es diese Lichterkette sein darf. Mit der NX 8525 und der 569. Von den Nachbarn kann man sich echt schon immer gute Tipps einholen. Immer so ein bisschen Inspiration. Bestimmt. Oh. Also hier raschelt gar nichts. Es bewegt sich auch gar nichts. Ich würde vermuten, dass es nicht in diesem Schilduch schon. Ein Kissen. Nein, das ist schon Klamotten. Ich dachte, du kommst da wirklich nicht so schnell drauf. Ein Nierengurt. Nein. Für Unterstufe hier. Strümpfe. Nein. Nee, es ist irgendwas Kurses. Hausschuhe. Ja, aber die können noch was. Putzen. Schleißige Hausschuhe. Also putzen hat noch nie so viel Spaß gemacht, den Boden zu wischen, wie mit diesen Hausschuhen. Ja, hier steht nämlich, mit diesen Hausschuhen wird das Putzen wortwörtlich zum Spaziergang. Wir haben verschiedene Größen. Gerade 37 bis 38, dann 39 bis 41 und danach 42 bis 43. Und Sie sehen schon, einfach wie Hausschuhe anziehen und dann können Sie damit einfach Ihren Boden putzen. Wie cool ist das denn? Guck mal, wirklich sehr, sehr kuschelig, sehr angenehm zu tragen. Sogar ich bin ohne Strumpfhose, ohne Socken. Und natürlich können Sie Spaß beim Aufräumen haben. Ich glaube, viele Häuser haben in Deutschland so Hartboden und genau für diese Fälle haben wir diese schöne Schuhe. Wow, Rebecca, sehr gut. Noch mal? Machen wir noch mal, ne? Moment. Ich nehme Schwung. So, ich glaube, du kannst auch dein Kind auch fragen, dass er kann dir helfen. Weil sowas macht Spaß. Ja, hier steht auch für alle glatten Böden, Parkett, Fliesen, Laminat, PVC oder auch Steinböden. Und hiermit entfernen Sie dann eben Schmutz. Die können Sie natürlich dann auch wieder waschen bei 30 Grad. Und das macht richtig Spaß. Hier steht nämlich auch der Traum jedes Junggesellen. Lauft ihr gelegentlich mal auf Socken durch die Wohnung? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Habt ihr das schon mal gemacht, dass irgendwo irgendwas runtergetroppt ist? Milch, Milch. Und ihr habt so Dähnchen gemacht mit der Socke. Beim Kaffeemachen oder bei Smoothie, zack, 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 ein bisschen. Niemand hat gesehen. Aber guck mal, ich laufe zum Beispiel zu Hause auch in Hausschuhe. Aber das ist normale Hausschuhe. Ehrlich gesagt, lieber ich würde so laufen und diesen Moment gleichzeitig ich aufräume und putze immer. Und dann immer zu Hause alles geputzt, alles schön. Und wie sollen wir das danach noch waschen? Einfach nochmal in die Waschmaschine? Ja, einfach in die Waschmaschine bei 30 Grad. Und Diana, du telefonierst doch gerne auch mal länger. Läufst du dabei vielleicht auch in der Wohnung herum? Weil dann könntest du telefonieren und dabei hier noch den Boden sauber machen. Ui, zeitgleich. Vor allem, das funktioniert auch richtig gut. Also du siehst es hier, hier bleibt der Schmutz auch richtig gut haften. Das soll er natürlich auch. Obwohl hier schon immer sehr gut gereinigt wird, habe ich hier noch richtig viel Dreck aufgenommen. Wie viele Stücke? Du kannst auch zum Beispiel so zu Hause auch aufräumen. Für Hände auch sehr praktisch. Wahrscheinlich. Was können wir aufräumen so? Regalen? Also auf jeden Fall mehr als ein Paar bestellen, oder? Ja, Sie schauen jetzt am besten, welche Größe hier für Sie in Frage kommt. Fallen die neutral aus? Also kann man seine richtige Größe bestellen? Ich denke mal. Ich denke auch. Ja, Moment, ich gucke mal. Ja, 39 habe ich angehabt. Ja, passt. Deshalb, dann schauen Sie gerne. Und ich sage Ihnen jetzt nochmal die Bestellnummern. Größe 37 bis 38, NC 84, 64. Und die 569 Größe 39 bis 41, die NC 84, 65. Und die 569 und 42 bis 43, die NC 84, 66 und die 569. Und das kann dann richtig Spaß machen. Und ich finde das eine super Idee. Vielleicht auch, wenn man einen Besuch bekommt, dann geben Sie einfach diese Hausschuhe Ihren Besuch. Ich liebe es ja immer, wenn Handwerker, wenn die nach Hause kommen, wenn die so Schuhüberzieher mitbringen. Aber ich denke, das wäre auch eine gute Alternative, denen diese Hausschuhe geben. Ja, jetzt mal ernsthaft. Du kannst ja die größere Variante nehmen. Dann können die ja mit den Schuhen auch reingehen vielleicht. Und dann gleichzeitig noch ein bisschen Gäste putzen bei dir zu Hause. Das ist super. Wir haben für 5 Euro Beleuchtung. Wieder ein Zweierpack. Monika, du hast Glück heute. Beleuchtung im Zweierpack. Eine LED-Arbeitsleuchte im Baustrahler-Design ist das. Und was ist das Wichtige bei einem Baustrahler? Natürlich, dass es hell leuchtet. Dass du es da hinstellen kannst, wo du keinen Strom hast. Und dass du eine Arbeitsfläche gut ausleuchten kannst. Zum Beispiel, wenn du gerade so eine Stuckleiste neu anmalerst oder so. Das ist so eine kleine Arbeit. Da brauchst du aber auch gutes Licht. Ja, du kannst das auch als Taschenlampe nutzen, weil es ist klein und kompakt. Mir gefällt auch, verschiedene Posen kannst du diese Lampe auch lassen. Ich weiß nicht, ich glaube, auch zum Beispiel in der Garage irgendwo, wenn du musst arbeiten. Auch wenn Stromausfall haben sie, das würden sie immer eine Lichtquelle suchen. Monika, ich weiß, dass du kannst es zum Beispiel einfach, wenn du hast kein Licht dazu, kannst du mit deinem Hund auch gehen und kannst extra Licht haben. Stimmt. Die ist auch wahnsinnig hell. Das finde ich echt richtig toll und dass sie so flexibel ist. Ja, also eine sehr gute Idee auch einfach mal mit rauszunehmen. Oder wenn man mal die Mülltonnen nicht mehr findet im Dunkeln, welche welche ist. Norbert M. aus Schieder-Schwalenberg hat auch berichtet, die Leuchtleistung reichte aus, um für meine Kinder eine Spielfläche von ca. 15 x 15 Meter auszuleuchten. Und das mit gerade mal zwei Lampen. Ja, das ist super. Das ist gut. Sehr gut, ja. Also das finde ich auch cool, dass du das wirklich immer passend so justieren kannst, diesen Ständer, wie du es eben brauchst. Man hört es ja auch so klicken, wenn ihr das verändert. Also es steht auch wirklich sicher und klappt nicht irgendwie zusammen, egal wie sie das hier positionieren. Aber ich finde es auch gut, das kann auch extra Beleuchtung sein für deine Pflanze oder Baum im Garten oder in der Terrasse. Kannst du zum Beispiel auch, zum Beispiel, du hast deine Buddha-Figur, ne? Ja, du kannst auch mit dieser Beleuchtung einfach das beleuchten und abends hast du auch sehr schöne Akzente mit Licht. Also überall brauchen wir Licht und hier sehr, sehr gute Idee, einfach für 5 Euro sich so bestellen. Bis 5 Mal kannst du die bestellen, oder? Ja, richtig. Und das Schöne ist an diesem kompakten Format, dass sie es auch einfach mit in den Werkzeugkoffer packen können. Es ist immer besser, ein Licht dabei zu haben im Werkzeugkoffer, als es dann irgendwann suchen zu müssen oder anderweitig holen zu müssen. Das Zweierpack gibt es hier für Sie mit der Artikelnummer NC 79, 26 und der 5, 6, 9. Zweierpack sind ja auf 5 Euro-Show schon immer sehr besonders. Ich habe mich eben gerade erst mit Fasten über die steigenden Dönerpreise unterhalten. Also, das ist schon der Wahnsinn, wie teuer das Leben geworden ist. Aber die 5 Euro-Show bleibt bestehen. Und so viele Produkte für 5 Euro. Dreimal dürft ihr raten, was wir jetzt hier drin haben. Beleuchtung. Ach was. Aber wieder ein Dreier-Set. Oh, richtig schön. Eine wunderschöne Beleuchtung. Ein Dreier-Set-Solar-LED-Windlichter mit dem Namen Lucy. Das ist für solche Menschen wie du. Da weiß jemand, dass ich den Schütteltest mache und hat schon vorsorglich hier alles zusammengepackt. Ja, und diese Flamme sieht realistisch echt aus. Aber sie ist LED, finde ich ja immer viel besser. Weil dann haben Sie da keine Sorge, wenn Sie mal die Kerze vergessen auszumachen. Das ist schon wieder. Oder wenn Sie die auspusten. Oh, wie cool. Und ist sogar Spritzwasser geschützt. Können Sie auch draußen verwenden. Ach was. Das sieht ja echt fast schon zu schön aus für draußen. Die haben ein Solarpanel. Wir haben schon wieder Chips hier im Studio. Ich weiß nicht, woher. Ich auch nicht. Aber sie haben ein Solarpanel. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Mir gefällt, dass es auch so flackert wie echte Kerzen. Und das ist ein 3er-Set schon wieder für 5 Euro mit Solarpanelen. Das ist unglaublich. Wie schön. Ich glaube, das kann draußen sein. Das kann auch zum Beispiel auf der Fensterbank stehen. Dann haben diese Kerzen immer schönes Sonnenlicht. Dann müssen wir wirklich keine Batterie wechseln. Wir müssen das nicht aufladen und so weiter. Sehr, sehr schön. Und immer noch kein Preisalarm. Also ich würde mir schon mehrere bestellen. Weil die sehen sehr gut aus. So Mädels, wo ist das Chipsstück versteckt? Wir sehen die. Die sind transparent, Rebecca. Hast du das nicht gemerkt? Hier, ja. Aber mir gefällt es auch richtig gut. Also es ist wirklich super auch, dass ich das einfach draußen hinstellen kann. Mal auf der Fensterbank draußen beispielsweise oder auf dem Tisch. Irgendwie ist es so trist draußen jetzt. Wenn der Herbst die Blätter von den Bäumen gefegt hat, dann wird es, finde ich, ziemlich kahl draußen. Und da ist so ein Licht immer sehr, sehr schön. Also gerade auch mit diesen Solarpanelen finde ich das sehr toll. Wir haben ja diese normalen Teelichter, die auch schon sehr toll sind mit Solarenergie. Aber dass wir hier jetzt auch noch diese Gesamtinstallation haben, also mit diesen Gläsern da, das finde ich schon sehr, sehr schick, muss ich sagen. Und mit diesem silbernen Standfuß, toll. Sehr, sehr schön. Für 5 Euro nehme ich das jetzt unbedingt mit. Auf jeden Fall. Sollten Sie auch vielleicht auch gerne öfter bestellen. Sieht auf jeden Fall super toll aus und eben täuschend echt. Die ZX 6552 und die 569 bitte davor einmal anschalten. Und dann müssen Sie sich um gar nichts mehr kümmern, weil eben Solarpanel mit verbaut ist. Und wie gesagt, spritzwassergeschützt sind Sie auch noch. Und das ist natürlich auch nochmal richtig clever, weil Sie auch nochmal Strom sparen. Und ja, kostet ja dann nichts mehr weiter. Guck mal, jeder kriegt eins. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön, Becky. So. Das ist wirklich ein super Produkt. Aber ich liebe so Dekorationen bei uns. Und für 5 Euro bitte, wenn ich habe, ich denke jetzt auch diese Dekorationen oder Beleuchtung, dann natürlich das alles muss du wirklich bis ab 30 Euro alles. Aber nicht bei uns. Das stimmt. Deshalb suchen Sie sich jetzt Ihre Lieblingsprodukte aus und dann ganz schnell zum Hörer greifen. Viel Spaß damit. Vielen Dank.